Ah ah, wir haben ein Problem. Oder 112 Operator. Wir sind hier in Deutschland, da sagt man 112. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich habe vor einigen Jahren 911 Operator gespielt. Das war ziemlich cool. Man musste quasi Notrufe entgegennehmen und dann seine Einheiten entsprechend verteilen und man konnte nicht alles machen, also musste man Prioritäten setzen. Immer mal wieder sind ziemlich schlimme Sachen passiert, wo man dann sehr viele Einheiten gebraucht hat und dann auch von anderen Fällen abziehen musste. Das hier ist, soweit ich das verstanden habe, ziemlich das gleiche Spiel, nur halt jetzt auf Europa fixiert. Deswegen auch 112, weil in Amerika ist ja 911 die Notrufnummer. Hier ist es 112, die internationale. Also ja, ich würde einfach sagen, wir legen los. Wir gucken mal, was ich hier so machen muss. Wir schauen uns mal an, wie sich das unterscheidet. Ich weiß nur, es gibt eine neue Feuermechanik, die quasi so Großfeuer simuliert, die sich auch dynamisch ausbreiten und man kann dann Einheiten da hinschicken, wo es besonders wichtig ist. Und dann kann man das irgendwie eindämmen und auch quasi in der Mitte trennen. Dann hat man zwei Linien, wenn man es ganz blöd spielt oder clever, je nachdem. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich gehe rein in die Kampagne. Berlin, Istanbul, London, Madrid, Moskau, Paris, Rom oder Warschau. Ich meine, ich würde mal sagen, wir fangen an hier im wunderschönen Deutschland und zwar in Berlin. Ist das die echte Karte von Berlin? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist es. Ja, ist es. Tatsächlich. Bevölkerungsanzahl 3.784.148. Und hier ist sogar noch die Geschichte davon. Alles klar. Ich würde sagen, Start. Und ja, ich habe 911 Operator gespielt. Strafvermisserfolge mal zwei. Auf nochmal. Kriegen wir ein Tutorial? Ich habe keine Ahnung. Kopfhörer oder Lautsprecher? Alles klar. Und ich muss auch auf Hintergrundgeräusche achten. Kann es sein, dass ich manchmal im Hintergrund höre, was da los ist? Oder wenn irgendeiner sagt, ja, hier ist jemand im Haus, dass ich dann hören kann, ob da wirklich jemand ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, das klingt ziemlich nice. Die Ärmel, ich würde sie gerne hochkrempeln, aber dafür sind sie zu eng. Die Ärmel werden nicht hochgekrempelt, aber ich bin trotzdem ready. Guten Morgen. Hallo, du kamst in den richtigen Platz. Willkommen in den Erdnungsbekämpagnen-Avengers. Alles klar. Okay, und das da ist mein Tisch. Ich sehe ihn schon, der ist niemand. Mhm, 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 cool. Und das ist, wo du sitzen kannst. Du kannst deine Kopfhörer auf. Habe ich schon. Habe ich schon. Okay, wir haben jetzt nicht das Intro und alles. Dann erzähl mal, wie genau funktioniert das. Okay, das heißt, ich habe ein paar Polizeiautos, ein paar Feuerwehrautos und ein paar Krankenwägen. Verstanden. Verstanden. Wo wir gerade bei Notfern sind, meine Nase juckt extrem. Ich glaube, ich brauche hier ein Auto. Boah. Okay, alles wieder gut. Diese kleine Nasenkrise wurde überwunden. Es geht mir besser. Alles klar. Der erste Anruf. Wie genau kann ich helfen? Das klang komisch. Okay, wir haben ein Dings. Ein Ereignis. Cool. Katze im Baum. Und ich mache noch den Witz am Anfang. Ich mache noch den Witz. Also, hier steht dann alles drin, was wichtig ist. Und ich muss mich dann entscheiden, wen ich da hinschicke. Der Katzenbesitzer hat um Hilfe gebeten, sein Tier vom Baum zu holen. Okay, eine große technische Störung. Einsatz der Feuerwehr. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir akzeptieren das. Das ist hier. Und ich kann mir vorstellen, es ist wie damals, wenn ich zu viele Negativpunkte habe. Dann habe ich verloren. Dann Feuerwehr. Und dahin. Okay, rechte Maustaste. Alles klar. Los, dann gebt mal Gummi. Kümmert euch darum. Alles klar. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich drehe jetzt mal nach vorne. Weil die müssen da auch erst hinfahren. Und man muss dann auch gucken, wer ist quasi am nächsten dran. Und wo ist die Verkehrssituation am besten. Was ist der beste Weg. Und dann eben die Leute da hinschicken. Okay. Alles klar. Ja, das hat sich gerade schon erledigt. Das hat sich gerade schon erledigt. Weil das ging jetzt einfach so schnell und problemlos durch. So, das war das. Und hier fährt einer ein bisschen schnell. Okay, ein Raser. Ja, das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Schicken wir die Kollegen da hin. Die sollen sich drum kümmern. Ist also ein ganz normaler Tag in Berlin. Ganz normaler Tag in Berlin. Äh, brennender Müll. Alles klar. Ich meine, die hier sind gerade noch in der Nähe. Die können aber nicht hier rumfahren. Weil das geht, glaube ich, aus dem Bezirk raus, um den ich mich kümmere. Die können nur hier unten lang. Und die haben auch... Ist das da der Wasservorrat? Weil hier ist der Balken fast gar nicht mehr. Und hier ist er voll. Gibt's... Warte, haben die ein Wasservorrat? Ich sehe, ich glaube, die Autoübersicht. Mal das hier. Ja. Die haben Wasser. Okay, warte. Dann schicke ich die zurück zur Base. Dann können sie tanken. Okay, das heißt, darauf musste ich aber früher nicht achten. Das ist neu. Das ist komplett neu. Ich glaube, das gab es damals nicht. Dass die wirklich auch Wasservorräte haben, um die ich mich kümmern muss. Das wäre mir neu. Gebt ihr auch mal Gas? Ich meine, ich würde ja echt gerne die hier hinschicken, aber... Das ist schon ein bisschen wenig Wasser. Um was zu löschen. Ähm, okay. Ein Baumast hat jemanden erwischt. Okay, sofortige Maßnahme. Es ist dringend. Es ist dringend. Gut, dann schicken wir die hier hin. Der Fall hier wurde gelöst. Dann lasse ich das Polizeiauto mal hier oben. Wenn hier oben was ist, sind die relativ schnell vor Ort. Okay, okay. Bis jetzt spielt sich das ziemlich so wie damals. Und es gibt auch noch die Anrufe. Okay. Okay. Ja, das heißt, ich muss jetzt abnehmen. Und mich dann quasi darum kümmern. Und eben, W-Fragen beantworten, gucken, was ist da los. 112, was ist deine Möglichkeit? Wie kann ich helfen? Hi, äh, 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 da ist ein Auto, die mich folgen. Okay, ein Auto. Kannst du bitte hilfst mir? Mich verfolgt ein Auto. Ähm. Sind sie alleine? Sind sie alleine? Ja, ich bin alleine. Okay, wo? Wo sind Sie? In meinem eigenen Auto. Okay, das ist wichtig, ne? Pankower Straße. Ähm. Alles klar. Vielleicht. Ja, ja, ja. Ach so, ich dachte, vielleicht ist es... Oh, danke. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr Infos. Ich wusste nicht, dass das Gespräch beendet. Okay. Ja, doch, vielleicht. Vielleicht. Sie klang schon so, als hätte sie Angst. Ja, okay, das heißt, äh, wir brauchen hier, äh, Polizei. Genau, dann schicke ich mal das Auto, dann sich da drum kümmern. Ich glaube nicht, dass da viel mehr rauskommt. Aber wir gucken mal. So, das ist das. Und ein Lagebericht. Okay. Ah, nee, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Das ist das, was ich gerade gemacht habe, glaube ich. Äh, eine Verletzung. Okay, äh, die hier sind in der Nähe. Schicke ich mal hin. Akzeptieren wir. Ziehen wir durch. Jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Hab ich das schon akzeptiert? Ich weiß nicht, warum ich das dauerhaft akzeptieren kann. Aber anscheinend lösen die das Problem. Alles gut, es sieht zumindest halbwegs gut aus. Was haben wir hier? Oh, ja, das klingt nach der schlechten Ecke von Berlin. Wir haben aber gerade aktuell... Wenig Leute. Äh, das ist blöd. Die fahren jetzt zurück zum Hauptquartier. Habt ihr noch Platz für den hier? Ist nur ein Slot voll, komm. Das müsste passen. Weil, ey, man muss auch aufpassen, wie viele Slots im Auto voll sind, dass man die nicht überlastet. Das kann sonst sehr nach hinten losgehen. Äh, ja, Leute. Muss das sein. Muss das sein. Ähm... Okay, mehrere. Ich schicke mal den Laster. Ich hoffe, der kann die einholen, weil... Die sind schon relativ schnell. Aber ich hoffe, das passt. Soll ich... Warte, ich schicke die anderen den entgegen. Weil die sind schneller da. Okay, und dann schicke ich die als Verstärkung, wenn das nötig sein sollte. Was haben wir hier? Ein Rohrbruch. Uh, Standard in dem Fall. Aber trotzdem brauchen wir Feuerwehr dafür. Ähm, Verkehr ist keine Ausmöglichkeit. Ich schicke mal die mit weniger Wasser. Weil, ich glaube nicht, dass man jetzt dafür Wasser braucht. Weil es läuft ja Wasser aus und Wasser löscht man normalerweise nicht mit Wasser. Neuer Anruf. Okay, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, aber ich habe das noch drauf, glaube ich. Was ist los? Was ist die Emergency? Was ist los? Okay, wo? Wo bist du? Bis nach Hause. Bist du verletzt? Nein. Ich glaube, ich bin okay. Ist da jemand mit dir? Warum? Nein. Ich bin allein. Das klingt irgendwie nicht gut. Wer hat dich folgert? Ich weiß nicht. Er sieht nicht in einem bestimmten Weg. Könntest du den Person, der dich folgert? Ja, da ist es. Da ist es. Die hat irgendwas. Die hat irgendwas Interess. Nicht gut. Und was warst du da? Ist da was reingemacht worden? Ja, sag's doch einfach, dann kann ich dir auch entsprechend helfen. Er ist immer noch da. Er ist nicht echt. Ich schicke einen Krankenwagen. Okay, hold on. Ich sende dir Hilfe so schnell, wie ich kann. Die brauchen den Krankenwagen. Die braucht keine Polizei. Die brauchen den Krankenwagen. Die brauchen den Krankenwagen. Alles klar. Alles klar. Was ist hier oben los? Ich drehe mal ein bisschen die Zeit langsamer, sonst verpasse ich noch was. Es ist doch ein Polizeidings. Es ist doch ein Polizeidings. Alles klar. Äh, ein Standardlagebericht. Okay. Dann hier seltsames Verhalten. Falschparken. Ja, das hat erstmal keine Priorität. Ausgemacht Slenderman. Was, 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 was? Okay, die brauchen noch mehr. Die brauchen Verstärkung. Ist es, also ist der Slenderman jetzt ingame? Oder ist das jetzt nur ein Joke? Fall gelöst. Haben wir, haben wir den Slenderman festgenommen? Ich glaube, wir haben den Slenderman festgenommen. Ähm, okay, dann fahrt ihr da runter. Und ich habe nicht genug Polizeieinheiten hierfür. Anscheinend haben wir den Slenderman festgenommen. Ich habe keine Ahnung. Was genau geht ab. Das hier ist Standard. Schicken wir die. Cool. Und neuer Anruf. Die Anrufe sind das Toolstamp-Spiel. Hallo? Hallo? Großmütterchen? I need the code, dear. Ma'am, what code? The P-I is code. Ähm, 1, 2, 3, 4. Ma'am, you've reached 1, 1, 2. Do you have an emergency? Ehm, yes. Ehm. Yes, I cannot use my phone. Unlock it. Versuch mal 1, 2, 3, 4. Have you tried 1, 2, 3, 4? One second. Ist richtig, oder? Medaille des Lachens. Ist das so dumm. Not working. It's set wrong pin. All cell phones are set up that way. Even if it's locked, you can still call 1, 1, 2 if you have an emergency. We need this line for people in real emergency. Oh, young people these days. Alles klar. Gut, das könnte negative Konsequenzen haben. Du, das ist mir so egal. Das ist so blöd. Aber eben die Anrufe sind nach wie vor, ich glaube, die coolsten Teile dieses Spiels. Weil es halt einfach, manchmal ist es halt wirklich ernst, wie hier. Da dachte ich, sie brauchen einen Krankenwagen. Nein, das war wirklich was. Ähm. Und manchmal ist es halt wirklich totaler Quatsch, wo man auch erst drauf kommen muss. Ich finde das so cool. Ach, wieder so einer, ja? Wieder so einer. Irgendein Kollege, der meint, gotta go fast. Und der ganz gerne mal drauf drückt. Davon bin ich überhaupt kein Freund. Was genau ist da los? Ach so, hier steht die ganzen, ähm... Ja, das sind die ganzen Funkübertragungen. Das heißt, hier wurden sie irgendwie angegriffen, dann konnte ich da quasi drauf gucken. Ähm, okay, das. Der ist weit weg, ich schicke den trotzdem hin, weil ich glaube nicht, dass wir dafür den Großen brauchen. Ich glaube, meine Schicht ist bald durch. Wenn das hier... Ja. Die Schicht ist bald erledigt. Und ich glaube, ich habe gar keinen so schlechten Job gemacht. Wieder so einer. Ja, das darf doch gar nicht wahr sein. Das darf doch gar nicht wahr sein. Und abgefangen. Stehenbleiben. Zeigen Sie mal kurz die Fahrzeugpapiere. Was genau ist denn da los? Das darf doch nicht wahr sein. Nehmen wir mit. Das geht fertig aus. So. Okay. Okay, und hier kann ich dann auch ganz genau schauen, was wo passiert ist. Das war sie hier. Okay, nee, das war das. Äh, wo ist die mit dem Slenderman? Hier. Okay. Ja, das war richtig. Genau. Genau, das habe ich erkannt. Da habe ich quasi richtig meinen Job gemacht. Ach nein, sie hat das dann quasi angefangen. Okay, weil sie dachte, die, die ich geschickt habe, um zu helfen, wären quasi der Slenderman. Ach so. Sie hat den Stress angefangen. Ich dachte schon, wer anders. Das ist plus 5, 5. Das heißt, das Beste von allem. Ich habe überall das Beste erreicht, oder? Warte mal, ich scroll das mal ganz runter. Ja, so sieht es aus. Ich glaube, ich habe den Job quasi perfekt gemacht. Voll geil. Management-Mode. Okay. Okay. Alles klar, das ist aber, glaube ich, auch neu. Ziele. Okay, positiver Ruf. Und hier muss ich dann wahrscheinlich, ruft irgendwann noch einer an. Ich muss noch eine richtige Anweisung geben. Ach Gott, kriege ich das hin? Das ist Ewigkeit, als ich das mal gelernt habe. E-Mails. Okay, Viktor Schutt. Hier steht es. Hier steht es. Okay. Hier wurde ich für die nächste Bewerbungsschiffe qualifiziert. Dreitägige Probezeit. Ich erlende die Grundlagen der Arbeit in der Zentrale. Alles klar. Okay. Und mein Name ist Jürgen Krause. Nice. Okay. Okay. Ähm. Okay. Das finde ich auf dem Ladebildschirm. Die Prozedur dafür. Und hier ist ein Verkehrstipp. Alles klar. Das heißt, rote Linien sind Verkehr oder Staus, die die Einheiten verlangsamen können. Wir haben alles, was wir brauchen. Es geht los. Der zweite. Tag. Direkt das erste Sohn-Kollegen. Nice. Davon bin ich kein großer Freund. Da karren wir mal kurz rüber und nehmen den Kollegen fest, weil das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein. Was haben wir hier? Ursache und... Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Akzeptieren wir. Die sind fertig. Okay. Okay. Den hier schicke ich erstmal zurück zur Base. Ähm. Ich... Jetzt. Feuer. Okay. Ich schicke das große Ding. Ich schicke das große Ding. Äh. Seltsames Verhalten. Möglicherweise macht da jemand Stress. Soll ich vielleicht den großen schicken? Ja. Ich schicke den großen. Die können sie dann vielleicht leichter übermannen. Ach, wundervoll. Wundervoll. Krankenwagen, Polizei. Ähm, das... Das... Okay, jetzt kommen auch diese Doppelereignisse, wo man zwei Sachen verbraucht. Manchmal braucht man auch alle drei. Da muss man dann eben entsprechend aufpassen. Neuer Anruf. Was ist los? Wie kann ich helfen? Quick. Es war ein Erkrank. Eine Frau war bei einem Auto. Okay. Wo? Wo war das passiert? Auf einer Straße. Ich schicke, glaube ich, schon mal einen los. Ähm. Ist sie conscious? Ich glaube nicht. Sie war schlecht. Okay. Sie macht nichts mehr. Ich glaube, sie ist unconscious. Alles klar. Ähm. Ganz ruhig. Ganz cool, Kumpel. Ganz cool. Okay. Jetzt muss ich ihn anleiten. Weil die macht nichts mehr. Wir müssen sie retten. Okay, ich bin listening. Knie nach ihrem Körper. Place your hands in the middle of her chest. Wenn ich das fühle. Dann haben wir noch was. Can I do that? Tu es einfach. Muss du. Trust me, you have consent. Place your hands in the middle of her chest. On a line between her Nipples. Okay. What now? Nice. Ähm. Now, push as hard as you can. Use your body weight and keep your arms straight. Ja, ich glaube, man muss richtig nachdrucken, ne? Nicht nur so ein bisschen. Und dann gehen auch mal ein paar Rippen kaputt. Das ist egal. Wichtig ist, dass sie ihr geholfen wird. Ähm. Okay. 30 Stück. Wenn du 30 Kompressionen machst, stopp und warte, bis die Ambulanz kommt. Okay? Will do. Please hurry. Ich hätte jetzt noch Mund-zu-Mund-Beatmung empfehlen können. Aber die sind sowieso gerade da. Und wir brauchen noch Polizei. Hätte ich noch sagen können, mach Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, hätte ich. Aber der Krankenwagen war fast da. Deswegen habe ich jetzt das gesagt. Weil der war ja quasi um die Ecke. Hat ich das jetzt nicht so gut gelöst? Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt auch nur gesagt, weil der quasi schon da war. Dann hätte ich noch gesagt, der macht Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber ich habe die Medaille für die Rettung vom Menschenleben bekommen. Also, glaube ich, das war gut. Okay. Cool, cool, cool. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht gelöst. Aber wir erfahren ja nachher, wie es nachher, oder wie es dann schlussendlich gelaufen ist. Äh, Baum auf einem Auto. Ja, das ist nicht so schön. Ja, das ist ja nicht so schön. Okay. Äh, über eine rote Ampel gefahren. Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Wir kümmern uns hier auch um die kleinen Sachen. Rote Ampel überfahren. Bro, da lang. Wir kümmern uns auch um die ganz kleinen Sachen. Rote Ampel überfahren. Geht so nicht. Dann das hier. Eventuell kriegen wir Probleme. Okay, vielleicht machen die Stress. Ich schicke mal den kleinen, der sollte in dem Fall jetzt ausreichen. Okay, was haben wir hier? Das. Wir sind zum Glück direkt um die Ecke. Kein Problem. Neuer Anruf. Was? Wie kann ich helfen? Okay, was ist los? Was ist los? Wir haben ein Problem. Alles klar. Ich schicke schon mal die wichtigen Jungs hier. Okay. Okay. Ja, die sind unterwegs. Aber vorsichtig. Die Schwester ist noch da. Hochgehen in euer Gebäude, verlassen. Er könnte Leute retten, aber es könnte auch dazu führen, dass er nicht da rauskommt. Er muss halt vorsichtig sein. Komm schon, Kleiner. Polizei ist schon quasi da. Quatsch, Feuerwehr. Bitte lass mich keine Explosion hören, jetzt. Bitte lass mich keinen Boom hören. Bitte, bitte, Spiel, mach das nicht. Dann geh runter. Sie müssen gehen. Sorry? 112, was ist deine Erkrankung? Hallo? Ein Block von Flats ist auf Feuer. Jesus Christ, ich habe noch nie gesehen, wie das vorher. Da gibt es Leute in da. Was ist die Angriffe, ma'am? Es ist 2.000. Danke, ma'am. Wir wissen bereits über die Feuer. Okay. Ich hoffe, du hast schon jemanden, weil es sieht schrecklich aus. Kann ich helfen mit nichts anderes? Du hast es gesehen, wie es all angefangen hat? Es war schockierend. Die Explosion. Christ. Es war einer der höchsten Flüsse. Der Feuer hat aus den Wänden mit dem Horrificeräusch. Jesus, die Leute. Got es. Das ist alles, ma'am. Die Feuerwehr werden da in kein Zeitpunkt. Ich hoffe, so. Es ist wirklich... Es sieht wirklich schlecht aus. Okay, dann. Ich muss nicht block die Line. Bis zum nächsten Mal. Wir sind aus. Wir sind aus. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Alles klar. Alles klar. Ich hab's vergeigt und zwar halt. Ich hab's vergeigt und zwar maximal. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Äh, wenn ihr schon hier seid, kümmert euch darum. Irgendwann wird hier noch was geklaut. Ich hätt ihm sagen sollen, er soll da raus. Das ist auch das, was man normalerweise macht in so einer Situation. Ich Idiot. Ich mach sowas nie wieder. Ich werd sowas nie wieder machen. Ich werd nie wieder irgendwem sagen, ja, versuch die Leute da rauszuholen. Ich nächstes Mal, egal wie sehr er sich wehrt, werde ich sagen, ja. Raus da. Das ist nicht volle Punkte. Um die Punkte geht's mehr gar nicht. Es geht um den Kollegen, Mann. Ja, kümmert euch noch da drum. Dann haben wir kein anderes freies Auto. Ja, 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 ja. Äh, hallo? Da ist eine Bombe in der Schule. At Hohohohoho. Bro, was? Wie wissen Sie das? Ich weiß nur. Schau die Polizei. Sind Sie sicher über die Bombe? Äh, ja, 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 ich bin sicher. Es kann auf jeden Fall ausgehen. Wer hat die Bombe geplant? Wir haben gehört, einen älter Studenten zu erzählen, dass es uns Freunde über ihn erzählt hat. Da ist es. Wenigstens irgendwas kriege ich heute noch auf die Ere. Ich fühle mich immer noch schlecht wegen diesem Haus. Wow, Bro. Eigentlich sollte ich die Polizei schicken, aber das ist es mir jetzt nicht wert. Ich hab keine Lust mehr. Ah. Ah, das mit dem Haus. Oh, ist das unangenehm. Aber das ist das, was schon 9-1-1 Operator gemacht hat, dass einfach unangenehme Dinge passieren. Gegen die du nicht viel machen kannst. Ich hätte jetzt was machen können, aber das Ding, das wäre trotzdem explodiert. Ich hätte nur einen mehr gerettet. Aber darauf kommt es ja schlussendlich an. Eine laute Party. Ja, machen wir gleich. Ah, ich hätte ja sogar noch ein Auto gehabt, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Krankenwagen hier unten. Okay. Eieieiei. Ich fühle mich so schlecht. Dabei ist es einfach nur eine Stimme. Es ist einfach nur eine Stimme und dann hat es Bum gemacht. Aber das war so unangenehm. Es knallt einfach und dann ist es vorbei. Tapferkeitsmedaille. Zehn hätte ich da rausholen können. Ich habe keinen einzigen rausgeholt. Und das hier ist ignoriert worden. Ich hätte eigentlich Polizei vorbeischicken müssen, aber ich hatte in dem Moment keine Lust darauf, weil ich hatte andere Sachen, die ich lösen musste. Effizienz knappe 80%. Alles klar. Unbekannt. Okay. Nehmen Sie den Hörer ab. Ein schnelles Gespräch und so schnell will ich nach Hause zu gehen. Denken Sie manchmal überhaupt darüber nach, was Sie da eigentlich machen? Ja, jetzt besonders. Sagt mir das nicht nach so einem Tag. Okay. Wissen Sie, dass ein echter Mensch am Ende in der Leitung sitzt? Ich weiß. Ich verstehe nicht, wie Sie mit dem Wissen leben können, was Sie getan haben. Bezieht sich das auf das, was ich gemacht habe? Kumpel, ich denke jetzt noch darüber nach, okay? Mein Gott. Gut, das war das. Und das war... Personen Hilfe dürfen nicht alleine gelassen werden. Okay. Okay, das heißt, ich kann Leute nicht abziehen. Alles klar. Ich würde einfach mal sagen, das war es hier an dieser Stelle bei 112 Operator oder 112 Operator Shop. Begehr nicht und nicht, ob ich das weiterspielen soll. Das mit dem Haus geht mir immer noch nach. Ich denke mal, man hat meine Reaktion gesehen. Ich wusste ja sogar, was kommt. Ich habe es trotzdem gedrückt, weil ich dachte, das läuft halt wie in einem Actionfilm, dass der da hochläuft und alle rettet. Nein, das Spiel ist halbwegs realistisch. Das ist kein Actionfilm. Es ist auch nicht das echte Leben. Es ist keine Hardcore-Simulation, aber es ist halt realistischer, als man jetzt denkt. Ich lerne daraus. Ich mache sowas nie wieder. Das nächste Mal, egal wie sehr es sich wert und wenn ich persönlich aus diesem Stuhl aufstehen muss und dahin karren muss, ich lasse niemanden zurück in so ein Haus laufen. Weil das ertrage ich nicht nochmal, dass ich einfach höre, wie es knallt. Das ist extrem cool. Ich finde es halt immer noch schön, dass man so zwischen Alltagssachen und wirklich, wirklich extrem ernsten Sachen managen muss. Es ist einfach so, dass da auf der Karte was aufploppt. Dann schickt man immer hin, aber dass man eben auch Anrufe hat, die teilweise unglaublich heftig sind, wie das vorhin mit dem Haus. Also ja, ähm, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich selbst kann es fürs Erste nicht. Das war nicht ganz so geil. Aber hey, ähm, das habe ich wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Richtig. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, misst den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ich weiß, ich weiß, das ist nur ein Spiel, aber es fühlt sich trotzdem nicht geil an, okay?